Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Pandas, heute mit Gruppen. Ihr seht schon, ich habe hier wieder mal ein bisschen was vorbereitet und zwar wollen wir heute Gruppen bauen aus Katzen und Hunden. Ja, die Kategorien sind hier immer schon vorgegeben. Das heißt, wir haben hier natürlich schon unsere Gruppen, mehr oder weniger, aber wir wollen natürlich unseren DataFrame so einteilen, dass es passt. Und ja, das geht relativ einfach erstmal. Ich kann hergehen und sagen, ich hätte ganz gerne eine Gruppe oder Group, ähm, GroupDF, GroupDataFrame, sorry, ich muss ein bisschen überlegen. Und zwar sagen wir dann df.groupby. Das ist quasi die Methode, die wir hier aufrufen wollen. Jetzt müssen wir hier natürlich angeben, ja, nach was soll es denn gruppiert werden? Gib mir mal irgendwas. Und in unserem Fall wäre das natürlich machbar, indem wir hier einfach die Group nehmen. Das heißt, wir nehmen eine Spalte, sagen, hey, schau mal, das ist eine Kategorie jeweils und wir hätten das ganz gerne eingruppiert in die jeweilige Kategorie. Aber es hat in dem Sinne nichts mit Kategorien zu tun, wie wir gleich sehen werden. Ah, ja, ich sollte vielleicht hier erstmal den Print-Befehl noch aufrufen. Print, ähm, df. Äh, GroupDF, sorry, GroupDF. Okay. Ähm, wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir hier, okay, wir haben hier ein DataFrameGroupByObject. Und dieses DataFrameGroupByObject, das lässt sich in dem Sinne gar nicht mehr richtig ausgeben. Also es ist nicht wie die Kategorien, wo wir dann einfach sagen, hey, Katzen und Hunde sind jetzt plötzlich unsere Kategorien, sondern wir gruppieren das ganze Ding wirklich. Das heißt, wir gehen auch ein kleines bisschen anders damit um. Wenn wir das Ding jetzt ausgeben wollen, müssen wir hier entweder sagen, hey, ich hätte ganz gern alles hier bitte. Das wäre die Sum. Dann bekommen wir hier tatsächlich eine Summe aus einen Gruppen, also quasi die Group, Kat und Dog. Ähm, und ja, wir können hier nicht wirklich irgendwelche Summen bilden. Deswegen kommt da ein bisschen was Seltsames raus. Wir sehen es auch hier. Äh, unser C ist natürlich nur das Einzige, was man hier irgendwie aufsummieren kann. Und das wird mir dann hier halt ausgegeben. Da muss man sich jetzt keine Gedanken drum machen. Und wir kriegen hier quasi eine Summary, welche Gruppen wir haben. Wir können aber auch einfach sagen, wir hätten ganz gerne die Groups an sich ausgegeben. Also Groups. So, und das sieht dann so aus. Dann haben wir hier plötzlich die, also Achtung, das hier oben ist das normale PrintDF, bevor wir gruppiert haben. Nicht verwundern. Ähm, das hier ist das, was wir tatsächlich am Ende als Gruppe rausbekommen. Das bedeutet, wir haben hier im Endeffekt eine Art Dictionary. Und hier haben wir drin, ey, in der Gruppe cat sind die Elemente mit dem Index 0, 2 und 3. Und in der Gruppe dog sind natürlich die Elemente mit dem Index 1 und 4. Also das hier und das hier. Und ja, was wir mit den Informationen machen, das bleibt quasi uns überlassen. Deswegen würde ich niemals irgendwie hier die ursprünglichen DataFrames wirklich komplett überschreiben, wenn ihr noch damit irgendwie arbeiten wollt. Ähm, so, das ist jetzt natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten. Wenn ich das Beispiel noch ganz kurz ein bisschen modifizieren darf, dann haben wir hier Group 2 und sagen jetzt hier einfach mal A, A, B, B und B dazu. Ähm, und wenn wir jetzt hier gruppieren, müssen wir nicht nur nach diesem Schema hier gruppieren, sondern wir können auch tatsächlich nach mehreren Gruppen gruppieren. Also Group 1 und Group 2 wollen wir beide als Gruppen sozusagen verwenden. Und dann haben wir hier eine, eine mehrschichtige Art und Weise, wie das Ganze aussieht. Es hat ein bisschen was von einem multiindexierten Array, ähm, oder von einem multiindexierten DataFrame. Und dann sehen wir das auch hier ungefähr. Das heißt, wir haben einmal Cat und A hat die Zugehörigkeit oder hat das Element nur 0. Cat und B hat 2, 3. Dog und A hat 1 und Dog und B hat nur 4. Das bedeutet, wir haben eigentlich mehrere Gruppen hier, aber wir, naja, summen uns das quasi zusammen und haben dann am Ende nur quasi wie zwei Werte, die eine Gruppe bilden. So kann man sich das hier erstmal vorstellen. So auch sieht das ungefähr dann aus. Gut, also warum würden wir das tun? Nun, wir gehen ganz einfach jetzt mal her und iterieren hier mal durch. Und das ist der Vorteil, den wir hier bei den Gruppen haben. Wir können sozusagen zum Beispiel unsere User, unsere Datenpunkte in einzelne Gruppen einteilen, die wir dann separat voneinander untersuchen können. Wir haben sozusagen eine Art DataFrame für die Gruppe. Das heißt, wenn wir hier mal Name und Group hier reinpacken, Groupo, genau, in Group. Ja, genau, ich sollte vielleicht richtig tippen, dann wird mir auch was vorgeschlagen. In Group DF, natürlich. So, wenn wir das jetzt mal hier printen, printen, name und print Group, dann wird euch gleich was auffallen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Dann sehen wir hier natürlich auch nur, wir iterieren hier bloß durch. Aber, also egal, ob wir jetzt mehr als eine Gruppe haben oder ob wir nur eine Gruppe haben, wir kriegen jedes Mal unsere Elemente wirklich wieder zurück. Da wir hier in den meisten Fällen nur ein Element drin haben, nehme ich jetzt mal den zweiten Wert wieder raus. Die Group 2, die ist hier nicht unbedingt nötig. Wir können hier aber auch tatsächlich hergehen und das so machen. So, dann haben wir jetzt hier, das war ja der ursprüngliche Gedanke, Wir haben hier die beiden Gruppen und wir haben quasi zwei DataFrames. Also, in Group ist im Endeffekt unsere DataFrame-Sammlung immer dabei. Das heißt, der Name der Gruppe, natürlich Cat, weil das ist quasi die Bezeichnung unserer Gruppe. Das haben wir hier auch festgelegt, Cat und Dog. Und dann haben wir hier die zwei DataFrames mit den passenden Indizes. Also, 0, 2, 3, Group, Cat, Cat, Cat. Das sollte klar sein hier, das ist jetzt keine besondere Überraschung. Group, A, B, B. Und A ist dann eben der Wert, der davor drin war und eben B und C natürlich auch. Und so können wir jetzt mit den DataFrames arbeiten der jeweils eigenen Gruppen. Das hat, wie gesagt, den Vorteil, jetzt kann ich zum Beispiel analysieren, was haben die User, die zum Beispiel diesen Song hören oder diesen Song gehört haben in den letzten 24 Stunden, was haben die sonst noch so gehört? und kann daraus im Endeffekt mehr Datenpunkte ablesen, mehr eben auch dann daraus aus dem Nutzerverhalten lernen. Und natürlich kann ich das dann eben auch mit so Grouping machen. Und ja, da muss ich nicht unbedingt immer das komplette DataFrame filtern, denn vielleicht will ich das nicht nur für einen Song machen, sondern vielleicht will ich das für jeden Song machen. Das heißt, jeder Nutzer, der diesen Song gehört hat in den letzten 24 Stunden, könnte man hier nachgruppieren, natürlich. Es gibt natürlich immer mehrere Herangehensweisen an eine Sache. Also Gruppen sind eine Möglichkeit, mit Daten zu hantieren, nicht die einzige. Klar. Wenn euch die Indizes stören übrigens, selbstverständlich könnt ihr hier Punkt Reset Index aufrufen. Das gibt es immer auf den DataFrames, dann kann man das immer quasi hier zurücksetzen, falls ihr das irgendwann mal braucht. Okay, aber das sei nur mal am Rande erwähnt. Selbstverständlich könnt ihr mit diesen Gruppen jetzt alles Mögliche machen. Also sie describen und so weiter und so fort. Was wir jetzt allerdings auch noch gucken wollen, ist, wir können uns eine Gruppe auch speziell rauslesen. Groupdf.getgroup. Und hier kann man natürlich auch angeben, ich hätte ganz gerne nur die Katzengruppe ausgegeben. Das geht selbstverständlich auch zum Beispiel, um einfach ein Beispiel auszulesen. Also hier sehen wir, ich habe die Kat-Group natürlich zweimal ausgegeben, weil einmal hier oben durch das und dann habe ich die Dog-Group ausgegeben. Aber der untere Print-Befehl, der beinhaltet nur die Kat-Group. Ich kann mir so also auch einzelne Gruppen auslesen, wenn ich das möchte und mit denen natürlich weiterarbeiten. Allerdings brauche ich dann natürlich den Namen der Gruppe. Und ja, der kann natürlich auch einfach ausgelesen werden durch dieses Array hier, beziehungsweise dieses Dictionary. Klar, ihr kennt wahrscheinlich die groupdf.groups.get.keys. Das ist ein ganz normales Dictionary. Wie gesagt, wir können hier Keys auslesen, wir können nach den Keys auch die Values auslesen. Das ist, wie gesagt, Standard Python-Knowledge, würde ich mal behaupten. Deswegen lassen wir das hier auch mal so einfach nur kurz erwähnt. Aber wir können auch andere Sachen machen. Also wir können auch die Größe von Gruppen ausgeben, also die Size, ähm, äh, Quatsch. Wir wollen, klar, das geht natürlich auch. Den Wert kennt ihr allerdings schon. Das sind ja ganz normale Data Frames. Wir können aber auch von den Groups, also von der gesamten Gruppengröße sozusagen, die Größen uns auslesen. Also Katze dreimal, äh, drei Elemente drin, Hunde zwei Elemente drin. Dadurch können wir natürlich auch direkt rauslesen, wenn wir zum Beispiel jetzt, ähm, zum Beispiel Daten vorbereiten für ein neuronales Netzproblem. Ähm, dann können wir hier die Sachen in, also unsere Testdaten, unsere Validationsdaten, können wir in Gruppen einsortieren und können checken, ob die Gruppen gleich verteilt sind und ob wir vielleicht noch mehr Daten sammeln sollten oder ob wir vielleicht eine Gruppe einfach reduzieren und jeweils nur so und so viele Elemente eben benutzen. Das geht alles. Ihr könnt generell auf dem GroupDF, also quasi für alle Gruppen auf einmal, so die Standardsachen, ähm, durchberechnen. Das heißt, wir können hier auch den, ähm, den Durchschnitt, äh, uns angucken, also den, den Mean-Value uns berechnen lassen. Cat und Dog haben jeweils diesen Mean-Value. Das geht jetzt natürlich nur für C, ähm, weil wir A und B nicht haben und, äh, oder halt A und B Buchstaben sind. C sind allerdings Zahlen, da kann ich das natürlich drauf berechnen. Ähm, ich kann selbstverständlich auch die Standard Deviation berechnen. Ich kann selbstverständlich auch, äh, die Summe berechnen, die, äh, Cum-Sum, also die kumulierte Summe, äh, die, das kumulierte Maximum, Minimum, ähm, Produkt und so weiter. Ich kann natürlich auch den Count berechnen. All das ist überhaupt kein Problem. Das sollte aber klar sein. Ich lasse jetzt hier mal die Size drin stehen, weil das irgendwie so das, ähm, eindrücklichste ist. Und ja, natürlich, dadurch habe ich relativ schnell auch über die Gruppen hinweg, also sozusagen einfach innerhalb der Gruppen die Statistiken berechnet. Und das ist natürlich auch das, was wir eventuell haben wollen. Jetzt wäre natürlich der nächste Schritt zu sagen, wir plotten das, ähm, aber wir sind noch nicht fertig mit Pandas und Plotting ist sozusagen unser nächstes großes Thema nach Pandas. Ich würde gerne erst Pandas richtig abschließen. Ähm, was vielleicht auch noch cool sein könnte, wir können auch direkt Funktionen auf die Gruppen anwenden. Das geht durchaus. Ähm, und zwar schreiben wir uns dazu mal ganz kurz eine Funktion. Oh, ich glaube, das ist die erste Funktion, die wir mit dieser Serie geschrieben haben, ne? Wow, ähm, normalerweise haben wir relativ viele Funktionen, aber in diesem Fall, ja, nicht so sehr. Okay, also wir packen eine Funktion Foo und zwar auf jede einzelne Gruppe. Das heißt, wir bekommen als Parameter der Gruppe, den, ähm, äh, als Parameter die Gruppe, sorry, als Parameter von Foo die Gruppe. Und was wir machen ist im Endeffekt, wir geben jetzt, in diesem Fall können wir einfach so was relativ langweiliges zurückgeben, und zwar ein neues Pandas DataFrame. Ähm, und, ähm, hier sagen wir, was hätten wir ganz gerne da drin? Naja, wir hätten ganz gerne, dass, ähm, die Gruppe, die originale Gruppe bleibt, aber wir bauen uns noch einen zusätzlichen, äh, Parameter hier rein, und zwar sagen wir mal den Min-Wert, also einfach den Durchschnitt, den wir jetzt irgendwie hier drauf anwenden. Ähm, ihr könnt auch irgendwelche komischen Operationen machen, wie Group mal den Durchschnitt, äh, Group, ups, Group, Punkt, ähm, Min. Und das, das wäre auch eine Möglichkeit, klar. Und wenn wir das jetzt zurückgeben, ähm, dann, und wenn wir das besser gesagt anwenden wollen, können wir das natürlich hier unten machen, Print, äh, Group, Punkt, Apply. Das ist die, äh, Funktion dazu. Wir führen eine Funktion auf den ganzen Gruppen durch. Das ist, als würden wir da durchiterieren, nur ist das eben vektorisiert. Ich wollte eigentlich Foo auswählen. Das heißt, wir sagen quasi, okay, hier, Function-Pointer für diese Funktion bitte intern auf jeder Gruppe aus. Und ich meine natürlich GroupDF. Ähm, und damit haben wir natürlich... Ah, ja, ich sollte vielleicht einen Index angeben. Das ist richtig. Ähm, sagen wir hier einfach mal, Index ist 0,1. Ah, beziehungsweise, wie viel, wie viel Werte haben wir denn? Ähm, lass mich, ach Gott. Ähm, ja, 0,1. Und, äh, ich glaube, wir haben 2, 3, 4... Müsste eigentlich passen, so. Schauen wir mal nach. Ähm, ja, okay. Habe richtig gezählt. Ähm, kann natürlich immer daneben gehen. Okay, also, wir haben hier einmal, ähm, Group. Und das wäre dann die originale Gruppe. Ähm, wir sehen aber hier auch Group. Und da sind dann die Cats und Dogs dabei. Das heißt, wir haben hier in diesem GroupDF.apply, haben wir danach ein DataFrame, was sozusagen alle Gruppen beinhaltet und dann halt irgendwas damit gemacht hat. Ähm, wir haben hier die Group. Ähm, das wäre dann hier das Ding. Und wir haben den Mean. Das wäre dann der Durchschnitt, der hier irgendwie nicht so ganz das ist, was ich meine. Äh, Future Warning droppt. Ja, okay. Dropping. Äh, es sagt mir hier, ich soll bitte nur die Valid Columns verwenden. Ja, hätte ich vielleicht tun sollen. Ähm, ja. Lass uns das einfach mal hier in Group von, ups, von C. Äh, Group von C. So was zum Beispiel. Also, es ist wirklich nur ein Beispiel. Es ist ein dummes Beispiel in diesem Fall, gebe ich zu. Und wir haben hier auch einen Haufen NINs bekommen. Klar. Ähm, aber, ähm, ja. Die grundlegende Funktionalität ist, ihr könnt Funktionen anwenden, in der ihr dann einzelne Groups hier habt. Und mit denen könnt ihr dann eben Dinge machen. Also zum Beispiel eben irgendwelche Sachen errechnen oder sowas, wo ihr dann nicht mehr wirklich nachdenken müsst. Okay, iteriere ich jetzt da wirklich drüber oder wie soll ich das machen? Ähm, es kann manchmal ein bisschen schneller sein, aber es ist im Endeffekt intern auch nur eine Iterierung über diese Funktion. Und das ist auch schon, naja, es ist ganz okay, wenn ihr das auch durch eine normale Iterierung macht und dann da das Zeug berechnet. Das geht genauso. Ähm, aber ja, ihr könnt das Ganze eben auch so machen. Das wäre dann quasi die funktionale Variante. Okay, ähm, ich weiß, dass jetzt am Ende ein bisschen viel war, aber im Endeffekt das, was ihr wirklich braucht, ist, wie gruppiere ich, wie arbeite ich auf den einzelnen Gruppen? Und ja, das ist so das Wichtigste, was ihr mitnehmen solltet aus diesem Video. Ähm, wenn ihr noch mehr Informationen zu Gruppen braucht oder wollt, dann, wie gesagt, bei jedem Thema generell, schreibt ihr mir das und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.